Sie sehen einen Gottesdienst von Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Ein Fernsehgottesdienst, der Menschen ermutigt, ihre Unmöglichkeiten in Möglichkeiten zu verwandeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.hourofpower.de. Der Titel meiner Predigt lautet, Wie erlebe ich die Gegenwart Gottes? Als ich mit Sterling und Lindy sprach, haben sie von dieser furchtbaren Erfahrung gesprochen, von der die beiden lieber hätten verschont bleiben sollen. Ich meine, das war etwas, das unser Land erschüttert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, dort im Kino zu sitzen und diese furchtbaren Dinge zu erleben. Und doch hat Gott daraus in den beiden etwas sehr Tiefes und Bedeutsames geschaffen. Das, was für mich am eindrücklichsten war, ist die Aussage, dass das heute irgendwie etwas Besonderes geworden ist. So würde ich es ausdrücken. Sie dachten, weil sie noch jung sind, würden sie ein langes Leben führen. Und in diesem einen Augenblick haben sie bemerkt, dass jederzeit etwas passieren kann, was alles beendet. Dadurch kam mir der Gedanke, dass das heute vielleicht viel wichtiger und besonderer ist, als ich vorher angenommen hatte. Vielleicht werde ich gar nicht so viele heute haben, wie ich dachte. Wissen Sie, jeder große Anführer, jeder große Redner und jeder große Lehrer in der Geschichte hatte eine besondere Botschaft. Und bei den Größten von ihnen kann man diese Botschaft meist, ohne groß zu überlegen, in wenigen Worten ausdrücken. Wenn ich Martin Luther King Jr. sage, dann würden sie sagen, seine Botschaft handelte von Gleichheit und Gleichberechtigung. Wenn ich von Mutter Teresa spreche, dann sagen sie, ihre Botschaft war, kümmere dich um die Armen, die Bedürftigen und die Sterbenden. Ich sage Billy Graham und sie sagen, seine Botschaft war, kehrt um, lasst euch retten und genießt die Früchte des Himmels, wenn ihr sterbt. Wenn ich frage, was die Botschaft von Dr. Schuller, meinem Großvater, war, dann würden sie natürlich sofort sagen, Möglichkeitsdenken. Sie würden sagen, eine Botschaft der Hoffnung, der Heilung und der Ermutigung. Wenn sie es träumen können, können sie es auch tun, nicht wahr? Nun, jeder große Lehrer, jeder große Redner hat eine Botschaft, die unter seinen anderen hervorsteht. Sein Ding, sozusagen. Als Christen sollen wir wissen, was die Hauptbotschaft von Jesus war. Ich glaube, wenn sie die Evangelien lesen, sie studieren und sie immer wieder durchgehen, würden sie ein durchgängiges Thema entdecken. Das Königreich Gottes. Tatsächlich würden sie vermutlich etwas wie das hier sagen. Es schien für Jesus unglaublich wichtig zu sein, seinen Zuhörern klarzumachen, dass das Königreich Gottes jetzt beginnt. Das Königreich Gottes oder das Königreich des Himmels ist gegenwärtig, genau hier, genau jetzt. Das Königreich Gottes, das Königreich des Himmels war ein Begriff, den die Menschen schon sehr gut kannten. Man findet es überall im Alten Testament. Es handelt davon, dass Gott daran arbeitet, die Dinge in einer zerbrochenen Welt wieder richtig zu stellen. Alles wird wiederhergestellt und tiefer Friede, Freude, Erfüllung und überfließendes Leben erfüllen die Gläubigen. Im Königreich Gottes wird all das in Vollständigkeit und Gesamtheit jedem Einzelnen passieren. Und dann kommt Jesus ins Bild und sagt, das Königreich Gottes ist schon hier, genau in diesem Moment. Es beginnt jetzt. Es ist hier, heute. Die Leute blickten sich um und meinten, das Königreich ist da, das Königreich Gottes ist dort hinten und das Königreich Gottes bedeutet dies und das. Aber er sagte, nein, das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Das steht in Lukas 17. Jesus sagte, das Königreich Gottes ist mitten unter uns. Also eigentlich sollten wir heute ein alles durchdringendes Gefühl der Freude empfinden, voller Leben und vor allem voller Liebe und Gegenwart Gottes. Aber die meisten von uns leben nicht wirklich im Heute. Viele von uns blicken zurück auf gestern. Wir denken an all die Dinge, die wir verpasst haben. Wir denken daran, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Sie denken möglicherweise an eine Beziehung, die vielleicht funktioniert hätte, wenn sie doch nur dies oder das richtig gemacht hätten. An einen Job, der vielleicht der perfekte Job war. Sie haben ihn verloren. Oder eine Schule, an der sie nicht teilgenommen haben. So denken wir über die Vergangenheit nach, aber verlieren uns auch oft in der Zukunft. Wir denken, dass eines Tages dies und jenes passieren wird und eines Tages wird das passieren. Wenn das endlich passiert, dann werde ich glücklich sein. Natürlich werden sie das nicht, wenn sie so denken. Denn die Fülle des Lebens und die Fülle des Königreiches Gottes ist nicht gestern und auch nicht morgen, sondern genau jetzt. Das ist die Botschaft Jesu. Die Fülle des Königreiches Gottes ist nicht nur etwas, was sie bekommen, wenn sie sterben, obwohl das auch stimmt, wenn sie ihm vertrauen. Nein, die Fülle des Königreiches Gottes ist etwas, das schon heute zur Verfügung steht, genau in diesem Augenblick, genau da, wo sie sind. Inmitten der Monotonie, der Regelmäßigkeit und des sich wiederholenden Alltagstrott des Lebens. Jetzt, in dem, was sie für ein sehr normales und einfaches Standardleben halten, ist das Königreich Gottes gegenwärtig und für sie verfügbar. Es gibt eine Geschichte in Lukas Kapitel 14. Jesus ist auf dem Fest eines berühmten Pharisäers eingeladen, der als großer religiöser Lehrer bekannt war. Jesus kommt also auf dieses Fest und das ganze Haus ist voll von reichen, wohlbekannten und erfolgreichen religiösen Typen. Jeder bewundert sie, weil sie mehr haben, als sie eigentlich brauchen. Und sie laden Jesus ein, weil er so etwas wie eine Berühmtheit war. Er ist ein Heiler und einige sagen sogar, er ist ein Prophet. Sie erhoffen sich dadurch mehr Einfluss und einen guten Ruf. Sie erhoffen sich, noch mehr respektiert zu werden, weil sie diesen neuen Typen Jesus kennen, diesen jungen Kerl. Er kommt also zu diesem Fest und all die prominenten Pharisäer sitzen dort. Ein kranker Mann, ein Mann mit Wassersucht, kommt auf Jesus zu und bittet um Heilung. Jesus blickt in die Runde dieser religiösen Männer, die sagen, dass man absolut nichts am Sabbat tun darf. Und er fragt, ist es in Ordnung, einen kranken Mann am Sabbat zu heilen? Keiner antwortet. Er sieht sie an. Wer von euch würde, wenn sein Ochse oder sogar sein Sohn am Sabbat in die Grube fallen würde, ihn nicht herausziehen? Niemand sagt etwas. Das nächste liebe ich. In einer Übersetzung steht, er umarmte den Mann. Er berührte den Mann mit seinen Armen, mit der Umarmung eines liebenden Bruders oder Vaters und heilte ihn. Ein Wunder geschieht. Etwas Unglaubliches. Sie sollten eigentlich aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. Sie sollten eigentlich feiern, dass sich das Königreich Gottes in dieser wundersamen Heilung des Mannes und in den Werken Jesu manifestiert hat. Und doch herrscht Schweigen. Keine Freude. Keine Feier. Wir können höchstens eine Art unterschwellige Wut annehmen, weil er gegen das verstoßen hatte, was sie für richtig erklärt hatten. Dann bricht plötzlich ein Streit aus über die Ehrenplätze am Tisch. Alle kämpfen um ihr Ansehen. Jesus passt nun immer weniger in diese Gruppe. Er sagt, wisst ihr, wenn ihr auf ein Fest kommt, dann solltet ihr euch an den Fuß der Tafel setzen, ans hinterste Ende und nicht an den Kopf. Und sie alle fangen an, schon darüber zu murren. Er sagt, ihr alle an diesem Tisch seid religiöse Menschen. Ihr seid geistliche Leiter. Euer Job sollte es sein, sich um die Armen, die Kranken und die Bedürftigen zu kümmern. Ihr hättet euch um den Mann kümmern sollen, den ich gerade geheilt habe. Um den Mann, der Wassersucht hatte. Aber das habt ihr nicht getan. Ihr hättet diesen Mann zu dem Fest einladen sollen. Immer noch Stille. Wenn ihr die unerwünschten Leute einladen würdet und die Menschen, die ihr nicht mögt, an euren Tisch holt, würdet ihr das Königreich Gottes erleben. Ihr würdet durch Gottes Güte belohnt werden zur Auferstehung der Toten. Dann sagt einer dieser prominenten Pharisäer zu Jesus, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Und natürlich will der Mann damit sagen, ich sitze schon im Reich Gottes und feiere. Ich brauche das alles nicht. Da erzählt ihnen Jesus etwas. Und das ist der Moment, wo er fast ein bisschen die Geduld verliert. Er erzählt diese Geschichte. Es gab einmal dieses riesige Hochzeitsfest, das ein König für seinen Sohn veranstaltete. Nun, damals waren Hochzeiten natürlich etwas Außergewöhnliches. Sie dauerten tagelang und es wurde ein riesiger Haufen Geld dafür ausgegeben. Hochzeiten waren eine große Sache. Es war großartig, auf eine Hochzeit zu gehen. Es würde also diese unglaubliche Hochzeit geben, die der König veranstalten würde und er beschloss, alle seine Freunde einzuladen. Es wird das größte Fest, die wichtigste, aufregendste Feier, Party, wie auch immer Sie es nennen wollen, im ganzen Land werden. Er verschickt Einladungen an alle seine Freunde und ein Mann sagt, oh, ich kann nicht kommen, ich habe gerade ein Grundstück gekauft, ich muss es mir erst ansehen. Das ist natürlich ein Witz. In diesen Tagen hätte niemand Geld für ein Grundstück ausgegeben, ohne es sich vorher anzusehen. Dann sagt ein anderer, oh, ich kann auch nicht kommen, ich habe mir ein paar Ochsen gekauft und ich muss sie mir ansehen. Ich meine, sich einen Ochsen zu kaufen, war damals eine riesige Investition. Man würde niemals einen Ochsen kaufen, ohne ihn vorher zu begutachten. Jesu machte also wieder einen Witz. Es waren alles Ausreden. Einer nach dem anderen suchten nach Ausreden und bringen geradezu lächerliche Gründe vor, warum sie nicht kommen können. Also kommt der Diener zurück zum König und sagt, alle deine Freunde haben Ausreden, warum sie nicht kommen können. Und der sagt, ganz wie sie wollen. Geht und ladet die Armen und die Bedürftigen ein. Nein, ladet die ein, die Hunger leiden, alle, die am Verhungern sind. Der Diener kommt zurück und sagt, wir haben alle eingeladen, sie sind alle hier und schon ganz aufgeregt. Aber es ist immer noch Platz. Und er sagt, gut, geht in die Straßen und Gassen, geht überall hin, ladet alle zum Fest ein. Jeder ist jetzt willkommen, nicht nur diese Gruppen von Leuten. Ladet wirklich jeden ein. Die Frage, die man stellen muss, wenn man diesen Text liest, ist, warum um alles in der Welt würde jemand nicht zu dieser Hochzeit gehen wollen? Warum würde sich jemand Ausreden einfallen lassen, um nicht zu der größten, aufregendsten, interessantesten, fröhlichsten und kostspieligsten Feierlichkeit aller Zeiten zu gehen? Warum würde jemand sich dafür Ausflüchte ausdenken? Wissen Sie, was Jesus damit sagt? Er sagt, dieses Bankett findet gerade jetzt statt. Dieses Fest läuft in diesem Augenblick, denn es ist das Königreich Gottes. Es ist die Fülle, die Freude, das Leben, das Überfließen der alles durchdringenden Gegenwart Gottes. Sie ist überall um uns herum und steht in diesem Augenblick für euch bereit, in mir, Jesus Christus. Das ist es, was er sagt. Aber Sie sollten sich fragen, warum? Warum würde jemand Ausreden erfinden? Ich glaube, was er damit sagen möchte, ist, dass viele von uns, besonders die, die religiös aufgewachsen sind, fast jeden Tag genau das tun. Wie bei den Pharisäern ist es so einfach, sich im monotonen und langweiligen Tag ein, Tag aus des Lebens zu verlieren. Man vergisst vollkommen, dass das heute wichtig ist. Es ist besonders und wertvoll, ein Geschenk Gottes. Es ist so einfach, sich darin zu verstricken, Rechnungen zu bezahlen, im Stau zu stehen, E-Mails zu checken und dabei zu vergessen, dass das heute ein besonderes und wundervolles Geschenk Gottes ist. Dass das Fest, das Bankett des Königreichs Gottes genau jetzt stattfindet und dass Sie eingeladen sind. Und das sind Sie. Aber viel zu oft haben wir Ausreden. Es gibt so viele Dinge, die Ihr Leben vollstopfen und Sie ablenken wollen. Zu viele Menschen gehen mit einem Freund Mittagessen, aber sitzen währenddessen die ganze Zeit mit ihrem Handy, um Kurznachrichten zu schreiben und E-Mails zu checken. Zu viele Menschen sind niemals wirklich da. Sie denken die ganze Zeit an morgen. Sie denken immer schon an die nächste Sache, das nächste, das ansteht, aber sie denken nicht an heute. Es geht immer um morgen, es geht immer um etwas anderes, es geht immer um irgendwann später. Darum sind Sie niemals wirklich hier. Das bedeutet, dass Sie niemals vollständig sind. Und das bedeutet, dass Sie zersplittert und gebrochen sind. In einem meiner Lieblingsgeschäfte hier in der Stadt gibt es ein lustiges Schild. Es zeigt ein Bild einer Frau, die ein Tablett voller Bier trägt und darauf steht, morgen Freibier. Und jeden Tag kommt man also in das Geschäft und da steht, morgen Freibier. Also denkt man, gut, dann komme ich morgen wieder und bekomme Freibier. Aber am nächsten Tag kommt man rein und da steht wieder, morgen Freibier. Auf diese Weise scheint es so, als wenn morgen irgendwie gar nicht kommt. Darum ist es witzig. Denn alles, was wir wirklich haben, ist das heute. Und irgendwann wird morgen tatsächlich nicht kommen. Wir wissen einfach nicht, wann das sein wird. Viele von uns denken also immer an die nächste Sache. Wir sind beim Essen und denken schon an die Besorgungen, die wir machen müssen. Wenn wir bei den Besorgungen sind, denken wir nicht daran, sondern an die E-Mails, die wir noch lesen müssen. Wenn wir unsere E-Mails bearbeiten, denken wir schon daran, die Kinder ins Bett zu bringen. Und wenn wir die Kinder ins Bett bringen, denken wir schon an all die anderen Sachen, die wir noch erledigen müssen. Wir sind nie wirklich da. Wir sind immer irgendwo anders. Immer denken wir an das Nächste, was wir tun müssen. Das Nächste, was wir tun müssen. Wir schauen immer auf morgen, leben niemals im Heute. Das Königreich Gottes ist nicht morgen. Es ist auch nicht gestern, sondern es ist jetzt, heute. Es passiert gerade jetzt, aber zu oft leben wir ein zersplittertes Leben. Wir sollen Menschen sein, die fröhlich im Hier und Jetzt die Gegenwart Gottes erleben und der stressigen Monotonie des Alltags mit all den Dingen dieser Welt nicht erlauben, uns das Leben und den Überfluss Gottes zu entreißen. Ich habe das einmal gemacht. Es war mit meiner Frau Hannah, meiner zweieinhalb Jahre alten Tochter Haven und meinem sechs Monate alten Sohn Cohen. Wir waren im Irvine Spectrum, saßen dort und sie spielten im Wasser. Hannah hat mit mir über irgendetwas gesprochen, aber ich dachte an etwas anderes. Ich hatte am nächsten Tag sehr viel zu tun und viel Arbeit, die ich erledigen musste. Plötzlich gab es diese peinliche Stille zwischen uns. Da legte Hannah ihre Hand auf meine Schulter und sagte, Bobby, weißt du noch, als Haven so klein war wie Cohen jetzt, als sie noch ein Baby war? Und ich sagte, meine Güte, fühlt sich so an, als wäre es gestern gewesen. Sie sagte, weißt du, genau so wird sich Haven in ein paar Jahren fühlen. Cohen wird groß sein. Haven wird niemals wieder so klein wie heute sein. Und Cohen auch nicht. Heute ist ein besonderer Tag. Und sie sagte, ich möchte nichts von meinen Kindern verpassen. Ich möchte nichts von all dem hier verpassen. Ich weiß nicht, ob sie mir damit etwas durch die Blume sagen wollte. Ich habe das Gefühl, sie wollte es, aber ich selbst wusste augenblicklich, ja, ich will keinen Tag mit meinen Kindern verpassen. Ich will nicht verpassen, wie meine Tochter ein Kleinkind ist und mein Sohn ein Baby und mich dann wundern, wenn sie Teenager sind, dass ich ihre Kindheit versäumt habe. Ich will mich nicht fragen, wie ich ihre Teenie-Zeit verpassen konnte, wenn sie erwachsen sind. Ich will nichts von meinen Freundschaften verpassen. Ich möchte nichts von meinen Großeltern verpassen, bevor sie gehen. Ich will nichts von all den Geschenken verpassen, die Gott mir gegeben hat, nur weil ich mich entschieden habe, nicht im Heute zu leben, sondern nur an Morgen zu denken. Ich will keine zerbrochene Persönlichkeit mehr sein. Ich will nicht zersplittert und versprengt sein, immer nur an Morgen denkend und niemals an heute. Ich will eine vollständige Persönlichkeit sein. Ich habe in diesem Moment erkannt, dass Gott dort in meinen Kindern war und nicht im Morgen bei der Arbeit, die ich zu tun hatte. So lange, bis diese Arbeit dran ist, nicht wahr? Bis morgen unser Heute ist. Gott war dort bei meinen Kindern. Er war dort bei meiner Frau. Seine Gegenwart war um uns und seine Güte war genau dort. Das Bankett war vorbereitet, der Tisch gedeckt, das Essen war aufgetischt, die Musik spielte und ich dachte an irgendwelche Ochsen, die ich mir ansehen musste. Ich dachte an ein Grundstück, das ich mir ansehen musste. Und ich merkte gar nicht, dass ich inmitten eines Banketts saß, inmitten eines Festes. Etwas, das Gott mir heute gegeben hatte. Ich war irgendwo anders, zerbrochen und uneins. Ich will diese Art Persönlichkeit nicht mehr sein. Ich will im Heute leben, weil morgen eines Tages nicht mehr kommt. Ich begann nachzudenken. Was wäre, wenn ich damit beginnen würde, alles, was ich tue, zur Ehre Gottes zu tun und mich immer daran erinnern würde, dass Gott allgegenwärtig ist? Dieser Ausdruck, die Gegenwart Gottes zu üben, ist ein Zitat von Bruder Lawrence, einem bekannten geistlichen Autor. Seine Freunde sagten über ihn, dass er die Herrlichkeit Gottes sogar dann sehen konnte, wenn er einen Grashalm vom Boden aufhob oder wenn er das Geschirr abspülte. Sie sagen, dass er alles machte in der Gegenwart und in der Herrlichkeit Gottes und dass sein ganzes Leben von Freude und Fülle durchdrungen war. Es war egal, was er gerade machte, weil er sich selbst alle Zeit inmitten des Königreichs sah, inmitten des Banketts. Ich habe es mal mit einer Orange versucht und es war großartig. Ich fragte mich, wie es wohl ist, eine Orange direkt von meinem Orangenbaum zu essen. Ich habe einen Baum in meinem Vorgarten, an dem die leckersten Orangen wachsen. Ich pflückte also eine Orange vom Baum und dachte daran, dass sie in meinem Garten gewachsen war. Und dann aß ich sie bedächtig. Ich war wirklich hier bei... Das ist jetzt gerade ein bisschen lächerlich, ich weiß. Ich war wirklich bei der Orange. Ich grub meine Finger in die Schale und dachte darüber nach, wie es sich anfühlte, die Finger in einer Orange zu haben. Ich schälte die Orange ab. Sie wissen schon, wie man eine Orange eben schält. Dann biss ich in eines der Orangenteile und dachte an den Saft und daran, was für ein Geschenk sie doch war. Ich war voller Dankbarkeit dafür. Wissen Sie, wenn Sie Jesus angenommen haben, kann sogar das Essen einer Orange Gott die Ehre geben. Das Essen einer Orange kann sich wie ein Hochzeitsbankett anfühlen, zu dem alle eingeladen sind. Und wenn Gott in allem ist, kann nichts jemals wieder monoton und langweilig sein. Wenn die Gegenwart Gottes erfahren und geübt wird, fühlt sich nichts monoton und nichts langweilig an. Alles ist aufregend und alles ist ein Bankett, weil es mit Gottes Leben und Gottes Güte erfüllt ist. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Ein guter Freund von mir, Jan, der Vorstandsvorsitzende von Hour of Power in den Niederlanden, war eng mit einem meiner Lieblingsautoren, nämlich Henry Nauen, befreundet. Sie waren enge Freunde, aber immer, wenn Henry Nauen zu Besuch kam, hat Jan alles haarklein vorbereitet, weil er Angst vor Henry hatte, wie er sagte. Er meinte, Henry hätte die Fähigkeit, einem Mann in die Seele zu blicken und alle Masken und Fassaden zu durchdringen. Was Jan also tat, weil er nicht so einfach durchschaut werden wollte, war, all diese Unternehmungen für Henry vorzubereiten, wie zum Beispiel eine Fahrradtour. Er sagte dann, okay, Henry, heute machen wir eine Radtour und dann werden wir Kaffee trinken gehen und dann werden wir ein paar Freunde besuchen, danach gibt es Abendessen und dann hauen wir uns aufs Ohr. Henry legte seine Hand auf seine Schulter und sagte, Jan, ich bin hier, um dich zu sehen. Jan, ich bin nicht hier, um all diese Dinge zu tun, um beschäftigt zu sein und nur an morgen zu denken. Ich denke gerade daran, dass ich hier auf dem Sofa sitze, zusammen mit einem meiner besten Freunde. Jan, du bist mein Bruder in Christus, ich liebe dich und ich bin hier, um dich zu sehen. Wissen Sie, Henry Nowen war so sehr mit der Liebe Gottes erfüllt, dass es egal war, was er tat und egal, welche Entscheidungen er traf. Er wusste immer, dass Gott ihn liebt und wurde so Jesus immer ähnlicher, denn dadurch lebte Gott in seinem Leben. Die gleichen Worte, die Henry Nowen zu Jan gesagt hat, sagt Gott auf seine Weise auch zu ihnen. Sie wissen schon, wir tun all diese Dinge in unserem Leben, aber es ist so, als wenn Gott zu uns sagt, ich bin hier, um dich zu sehen und bei dir zu sein. Ich bin gekommen, um den Tag mit dir zu verbringen. Jetzt in diesem Moment, hier in der Crystal Cathedral oder da draußen vor dem Fernseher, wo auch immer du bist, da bin ich auch. Du wirst niemals allein sein, weil ich gekommen bin, um bei dir zu sein. Das kann ein bisschen angsteinflößend sein, weil Gott durch all unsere Wunden und Zerbrochenheit und Furcht hindurchsieht und wirkt. Gott bringt uns dazu, Fragen zu stellen und mit allen möglichen Zweifeln zu kämpfen, und doch möchte er immer noch bei ihnen sein. Ich möchte bei dir sein, sagt Gott. Ich möchte bei dir sein. Ich bin gekommen, um dich zu sehen, um bei dir zu sein. Heute ist ein Geschenk. Morgen wird kommen, aber eigentlich nicht, weil morgen für uns immer heute ist, wenn wir es erleben. Heute ist ein Geschenk. Heute ist das Geschenk. Heute ist der Segen. Heute ist von Gott. Genießen Sie jeden Augenblick. Üben Sie seine Gegenwart. Leben Sie in seinem Königreich. Vertrauen Sie ihm und entdecken Sie ihn in allem, was Sie tun, und genießen Sie es. Lassen Sie uns beten. Vater, wir danken dir, dass du genau jetzt bei uns bist. Viele von uns leiden und sind verletzt. Viele von uns haben zu kämpfen. Du bist bei uns. Viele von uns fühlen sich gefangen in stiller Verzweiflung. Sogar dort bist du bei uns. Lass in uns ein neues Gefühl der Freude, des Friedens, der Fülle und der Erfüllung aufblühen, das daraus entsteht, jeden Tag aufs Neue deine Gegenwart zu erleben. O Herr, wir lieben dich sehr. Wir feiern dich und geben deinem Namen alle Ehre. Im Namen deines Sohnes beten wir. Amen. Das war Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Helfen Sie uns dabei, Ihnen auch zukünftig die Gottesdienste zur Verfügung zu stellen und unterstützen Sie Hour of Power mit Ihrer Spende. Vielen Dank. Vielen Dank.